Die Erdbohrer von Pallfinger gelten als Multitalent für das Bohren in Erde oder auch leicht felsigem Untergrund. Egal ob für Masten, Straßenschilder oder auch für Bohrungen bei Betonfundamenten. Die Arbeit kann stets zeitsparend, sauber und gerade durchgeführt werden. Schräge Böschungswinkel, wie sie bei herkömmlichen Grabarbeiten entstehen, gibt es nicht. Erdbohrer werden mit einem passenden Einschubstück oder einer MFA-Anbindung am Kran befestigt. Der passende Bohrantrieb ist in drei Versionen mit einem Drehmoment von 3000 Nm bis 7500 Nm verfügbar. Hier soll je nach Anwendung der kleinstmögliche Antrieb gewählt werden, um die beste Bohrleistung zu erzielen. Die Bohrer sind in Durchmessern von 150 Nm bis 900 Nm erhältlich und die leicht wechselbaren Bohrzähne sind für verschiedene Bodenbeschaffenheiten verfügbar. Mit entsprechenden und beliebig kombinierbaren Verlängerungen kann eine Bohrtiefe von bis zu 7 Metern erreicht werden. Der Erdbohrbetrieb ist mit bis zu zwei ausgeschobenen Schubarmen erlaubt. Mithilfe einer Anklappvorrichtung kann der Erdbohrer auch in Transportstellung am Kran verbleiben.